Komm in eine aufrechte Position, atme in den Bauch ein, ausatme in Gebetsposition, ein, streck die Arme nach oben und ausatmen, langsam nach links neigen, einatmen, wieder hoch, ausatmen, neig dich nach rechts, einatmen hoch und die Arme anwinkeln, ausatmen, drehe den Oberkörper nach links, einatmen, ruhig zur Mitte, ausatmen, nach rechts, einatmen zur Mitte und die Arme gleich heben, ausatmen, beug dich nach vorne, soweit wie es geht, ein, leichte Hocke, die Arme zur Seite, rücken gerade, aus, streck die Beine, Oberkörper runter, einatmen, streck dich soweit es geht, lang nach oben und ausatmen, wieder lösen, atmen im Bauch ein und ausatmen, Gebetsposition, einatmen, streck die Arme hoch, aus, neig den Körper nach links, einatmen, wieder heben, ausatmen, ausatmen, neig dich nach rechts, einatmen, heben und die Arme anwinkeln, ausatmen, dreh nur den Oberkörper nach links und einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, nach rechts, einatmen, zur Mitte und die Arme nach oben, ausatmen, beug dich nach vorne, soweit wie es geht, einatmen, leichte Hocke, Arme zur Seite, den Rücken gerade, strecken, ausatmen, Beine lang, Oberkörper runter, einatmen, streck dich hoch, soweit es geht und ausatmen, über die Gebetsposition lösen, Atme den Bauch ein, ausatmen, Gebetsposition, einatmen, streck die Arme nach oben, mach dich ganz lang, ausatmen, neig dich nach links, nicht eindrehen, einatmen, wieder nach oben, ausatmen, nach rechts, einatmen, streck dich hoch, Arme anwinkeln, ausatmen, dreh den Oberkörper nach links und einatmen, wieder zur Mitte, aus, in Ruhe nach rechts drehen, einatmen, zur Mitte die Arme nach oben, ausatmen, neig dich nach vorn, soweit es geht, einatmen, Beine anwinkeln, Arme zur Seite, Rücken lang und ausatmen, Beine lang, Oberkörper runter, einatmen, streck dich jetzt wieder nach oben und ausatmen, über die Gebetsposition lösen, jetzt nimm zwei, drei tiefe Atemzüge in den Bauch und spür, wie der Körper ganz wunderbar weich geworden ist, beweglich geworden ist und pulsiert vor Energie.